Er ist Loki. L-O-K-I. Ja, und er ist ziemlich groß und er trägt ne Doklerobe mit Arcan-Symbolen. Sein Spezialgebiet ist ein Feuerzauber und Nekromantie. Er ist der Gott der Unterwelt. Kommst du mal? Irgendein Problem mit einem Computerspiel? Kein Problem. Ein Verbrechen. Hast du schon mal versucht, den Computer neu zu starten?